Der Bitcoin ist auf über 26.000 Dollar ausgebrochen, über 7% sind wir angestiegen, nachdem wir die US-Inflationsdaten bekommen haben, die genauso ausgefallen sind, wie erwartet. Ist das jetzt hier der Beginn des Bullenmarktes? Ist das ein neues Paradigma oder sollte man vorsichtig bleiben? Wir schauen uns das im heutigen Video an, wir schauen uns die Inflationsdaten an, all das in der heutigen Folge Crypto-News. Falls du noch auf dem Kanal bist, lass gerne ein Abo da, hier findest du alles rund um das Thema Kryptowährung, Makroökonomie und Wirtschaft. Und damit würde ich sagen, let's do this! Ja, liebe Freunde, heute ein kleines, kurzes Marktupdate. Ich möchte euch einfach nur auf den Laufenden halten, was die Inflationsdaten angeht, denn ich habe euch das ja im letzten Video versprochen. Und unsere Long-Position vom Ende des letzten Videos hat unglaublich gut funktioniert. Der Bitcoin ist 7% angestiegen nach den Inflationsdaten. Wir schauen uns die Inflationsdaten an, wir schauen uns die Veränderung in der Zinserwartung an und dann gibt es meine Meinung zum Markt aktuellen, worauf ich jetzt als nächstes achte. Als erstes zu den Inflationsdaten, um das Video hier so kurz wie möglich zu halten. Wir haben sie bekommen und sie entsprechen im Groben und Ganzen eigentlich exakt der Erwartungen. Die Monatsveränderung ist genauso wie erwartet 0,4%. Bei dem Headline-CPI, die Jahresveränderung ist 6%, erwartet waren auch 6%, zuletzt hatten wir 6,4%. Beim Kern-CPI, die Monatsveränderung ist leicht höher als erwartet, da waren 0,4% erwartet, da haben wir 0,5% bekommen. Und beim Kern-CPI, eine Jahresveränderung, sind wir auch genau bei der Erwartungshaltung. Also genauso wie erwartet. Man muss jetzt aber ganz klar an dieser Stelle sagen, dass wir jetzt bei den Inflationsdaten seit 8 Monaten konsekutiv am Fallen sind. Natürlich hat das erstmal in erster Linie nicht viel mit den Preisen zu tun, denn wenn die Inflationsrate abfällt, im Verhältnis zum vorherigen Jahr, wir aber im vorherigen Jahr, wenn wir hier mal schauen, auch schon bei ungefähr 6% Inflation sind, dann bedeutet das, dass die Geschwindigkeit der Veränderung zum Vorjahr einfach nicht nur noch schneller war. Wir sind aber trotzdem bei erhöhten Preisen. Nichtsdestotrotz ist das auf jeden Fall ein Trend, der in eine Richtung geht. Das möchte die FED sehen. Das hat sie mehrmals angekündigt, dass sie das sehen möchte. Wir sind weit entfernt vom Inflationsziel von 2%. Aber wir wissen ja, aufgrund der zuletzt geschehenen Ereignisse, vor allem im Bankensystem in Amerika, hat die FED potenziell die Zinsen zu schnell zu hoch erhöht. Wird sie jetzt eher pausieren? Was bedeuten diese Inflationszahlen? Bevor wir zu den Zinserwartungen kommen, lasst uns erstmal die Marktreaktion anschauen. Wie gesagt, der Bitcoin ist ganz, ganz stark angestiegen. Jetzt gerade aktuell ein bisschen, während ich das Video aufnehme, am Abfallen, am Retesten hier diese 25.800 Dollar. Trotzdem insgesamt positiv. Was wir aber auch erkennen können, ist, dass auch die traditionellen Märkte der S&P 500 ist auch angestiegen. Der Dollarindex ist auch angestiegen. Und die kurzfristig datierten Staatsanleihen, hier ein Jahres Staatsanleihen Rendite, auch angestiegen. Wie kann das sein? Warum ist alles zusammen angestiegen? Was bedeutet diese Marktreaktion? Was den Bitcoin angeht. Der Bitcoin ist zum einen über eine sehr, sehr wichtige Resistenzzone bisher wohlgemerkt an dieser Stelle ausgebrochen. Da haben wir jetzt und sind wir jetzt schon mehrfach dran gescheitert. Das Ganze ist natürlich erst dann bestätigt, sobald diese Candle hier geschlossen ist. Wir sind jetzt hier auf dem Drei-Tages-Chart. Wenn wir auf den Tages-Chart gehen, müsste der Tag sich hier über diese 25.800, 700 Dollar bänden, damit wir hier wirklich von einem Breakout sprechen können. Sonst am Ende des Tages, wenn das hier nur eine WIC gewesen ist, aber eine sehr, sehr große WIC, wäre es trotzdem ein Fakeout. Und dann würde ich persönlich dem Momentum zufolge meinen eigenen Bias wahrscheinlich für die Preis-Action ändern. Aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Erstmal noch einmal dazu, wie kann es sein, dass alles gestiegen ist? Nun ja, der Markt nimmt das sehr, sehr gemischt auf. Denn die Inflationsdaten sind zwar im Allgemeinen so, wie wir sie erwartet haben. Aber wenn wir in die Zinserwartungen schauen, und dafür habe ich das Ganze extra dokumentiert, 20 Minuten, bevor die Inflationsdaten rausgekommen sind, habe ich einmal einen Screenshot hier gemacht von dem FedWatch-Tool, wo wir die Target-Probabilities, also die Wahrscheinlichkeiten für die Zinsserung für das nächste Meeting sehen. Und da ging der Markt zu 73% noch von 25 Basispunkten aus und zu 26,9% von gar keiner Zinserhöhung. Und direkt nach den Inflationsdaten hat sich das Ganze drastisch geändert. 91,5% hier im CME-FedWatch-Tool gehen jetzt von 25 Basispunkten aus und nur noch 8% von gar keiner Zinserhöhung. Also den Analysten hier zufolge waren die Inflationsdaten nicht gut genug, als dass die Fed jetzt eine Zinspause einlegen würde. Wenn wir auf den Futures-Markt schauen, da hatten wir ja zuletzt gestern Nacht noch den Einsturz, vor allem in den Oktober-Futures für die Zinsrate. Die aktuelle Zinsrate von der Fed liegt bei 4,57%. Die Oktober-Futures sind gestern runter auf 4,1% gecrashed. Das heißt, der Markt ist davon ausgegangen, dass wir bis Oktober von der aktuellen Zinsrate mindestens zwei Zinssenkungen in Höhe von 25 Basispunkten sehen. Das ist jetzt aber nach den Inflationsdaten relativ schnell wieder aufgeschossen und zwar auf 4,7%. Das heißt, der Markt geht aktuell davon aus, dass wir mindestens eine Zinserhöhung in Höhe von 25 Basispunkten noch sehen und dort der Markt tatsächlich dann auch erstmal bleibt. Das heißt, die Pause erst bei 4,75% und damit noch eine Zinserhöhung und das gleiche sehen auch die März-Futures so. Im Großen und Ganzen zusammenzufassend, der Markt geht davon aus, wenn wir jetzt hier noch einmal aktualisieren, um die aktuellen Daten zu bekommen, dass wir 25 Basispunkte Zinserhöhung sehen. Ihr seht, das Ganze ist immer noch dynamisch. Es ist jetzt im Laufe des Videos auf 13% angestiegen für keine Zinserhöhung. Trotzdem, die absolute Mehrheit hier 86% geht von 25 Basispunkten aus. Zinserhöhung ist gut für den Anleihenmarkt, Zinserhöhung ist gut für den Dollar und eigentlich nicht gut für den Bitcoin und auch nicht gut für den S&P 500. Nichtsdestotrotz sind auch diese Assetklassen hier hochgelaufen. Ich persönlich deute das als Spaltung im Markt. Wir haben auf der einen Seite die Befürworter von Zinssenkungen oder Zinspausierungen, die sagen, die FED hat die Zinsen ganz klar zu weit erhöht und dementsprechend wird sie jetzt hier zurückrudern müssen. Sonst wird sie das Finanzsystem zu sehr schädigen. Und auf der anderen Seite die Partei, die sagt, die FED hat mit dem Tool, was sie am Sonntag veröffentlicht haben, mit dem sie die Banken eben im nächsten Jahr retten werden, einfach nur gezeigt, dass ihnen wichtig ist, diesen Inflationskampf weiter durchzuführen und einfach die einzelnen Sektoren, die vielleicht potenziell scheitern, zu retten, aber insgesamt weiterhin die Zinsen erhöht halten wollen, um die Inflation runterzukriegen. Beispielsweise die Deutsche Bank Goldman Sachs und Barclays gehen schon bereits jetzt davon aus, dass wir keine Zinserhöhungen mehr sehen werden. Nichtsdestotrotz, Großteil der Markt aktuell in den Prognosen und in den Futures geht vom Gegenteil aus, aber wie ihr wisst, das Ganze ist relativ dynamisch. Es kann sich immer noch bis zum letzten Moment vor dem nächsten FOMC-Meeting ändern. Meine persönliche Meinung an dieser Stelle ist, und ich habe es auch direkt unter den Tweet gepostet, ich habe auch gesagt, das ist positiv für den Bitcoin und wenn wir hier mal in die Price Action schauen. Ich habe es etwas verzögert erst getweetet, weil ich selber am Traden war, aber auch hier von dem Zeitpunkt, wo der Tweet gepostet wurde, sind wir nochmal ganz klar angestiegen. Ich persönlich glaube, dass die Fed diesen Chart hier, dass die Inflation seit 8 Monaten am Fallen ist, nutzen wird, um die Narrative der Inflation so langsam zu beenden. Das muss jetzt nicht im nächsten FOMC-Meeting passieren, aber ich glaube, die Fed ist sich sehr bewusst, dass sie das Finanzsystem in Amerika nicht so stark schädigen kann. Und ich glaube, sie wird sich potenziell mit einer höheren Abschlusszinsrate am Ende anfreunden müssen. Vielleicht heben sie ja ihr Target, ihre Ziele auf 3% oder 3,5%, sagen dann, die Inflation ist bekämpft. Ich kann mir vorstellen, dass es in diese Richtung geht. Ansonsten muss ich ganz klar sagen, falls der Breakout hier beim Bitcoin keine Weiterführung finden sollte, und wir befinden uns aktuell in der Breakout-Area, wenn wir auf den Live-Chart schauen. Wir haben es angetestet, sind jetzt erstmal rejected worden. Das geht jetzt nicht alles in einer Minute. Wir haben jetzt auf jeden Fall noch 1, 2, 3 Tage, um abzuwarten, zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Aber sollte der Bitcoin hier nicht weiter nach vorne, nach oben stoßen, sollte er sich vielleicht weiter abflachen und eher in eine seitwärtsneutrale Bewegung hier im oberen Bereich unserer Breakout-Range sich bewegen. Da kann ich mir ganz klar vorstellen, dass das Kapital vom Bitcoin in Altcoins fließen wird und wir eine kleine Altcoin-Rallye sehen, weil aktuell fast bei jedem Breakout der Bitcoin den Altcoin-Markt outperformt. Natürlich sind auch vereinzelte Ausnahmen dabei, aber ich kann mir vorstellen, dass Ethereum vor allem, falls Bitcoin hier eine seitwärtsbewegung einlegen sollte, bullisches Momentum genießen könnte. Wie auch viele andere Altcoins. Wenn wir auf die Situation aktuell schauen, die kurzfristigen Anleihen sind und haben sich gekreuzt durch die Fed-Funds. Die Veränderung, in der am gestrigen Tage die Zinsentscheidung umgepreist wurde, dieser Drop hier in über 100 Basispunkten. Das gleiche haben wir im Anleihenmarkt gesehen. Die Geschwindigkeit dieser Veränderung signalisiert eigentlich, dass so langsam und bald etwas am implodieren ist. Und ich glaube, die Fed ist sich auch sehr darüber bewusst. Nichtsdestotrotz können wir nicht in ihre Köpfe blicken und historisch betrachtet hat die Fed eher die Rezessionen bewirkt mit ihren Zinsentscheidungen und ihrer Politik, als dass sie sie versucht hat zu vermeiden. Dementsprechend bin ich offen für alles. Wir haben jetzt, und das ist ganz wichtig an dieser Stelle, auch dementsprechend, wie ich mich verhalte, bis zum 22. März Zeit. Das ist nächste Woche Mittwoch. Da ist das FOMC-Meeting. Deutsche Zeit, 19.30 Uhr. Ich werde live sein. Auf meinem YouTube-Kanal. Lasst unbedingt ein Abo da. Bis dahin werde ich den Bitcoin weiter traden. Vor allem weitere Scalp-Trades hat jetzt auch hier bei dem Breakout bei den Inflationsdaten unglaublich gut funktioniert. Falls ihr noch nicht wisst, welche Plattform ihr fürs Trading benutzt oder Interesse habt, mal etwas Neues auszuprobieren. Ich kann euch BitGeld empfehlen. Ist unten in der Videospreitung verlinkt. Ihr spart 20% Gebühren mit meinem Link. Auf der Plattform gibt es SEPA Ein- und Auszahlung. Sie ist Top 5 vom Volumen her in der Rangliste. Ich benutze sie seitdem es FTX nicht mehr gibt und ich bin super zufrieden mit der Plattform. Vor allem jetzt auch in den letzten 30 Minuten, wo es so tumultartig hin und her ging, habe ich da einiges an Profiten mit Scalping verschreiben können. Falls ihr interessiert seid, wie ich die Plattform benutze, wie ich meine Position aufbaue, dafür habe ich ein Tutorial. Und ansonsten, was ihr auch auf meinem Kanal finden könnt, die 7 goldenen Regeln zum Thema Bitcoin-Trading. Schaut euch das auch unbedingt an, hinsichtlich Risikomanagement und dem Ganzen. Und es wird bald ein Tutorial geben, nochmal mit einer etwas neueren technischen Scalping-Strategie. Da würde es sich auch lohnen, wenn ihr euch schon mal darauf vorbereitet. Falls ihr daran interessiert seid, den Markt zu traden, müsst ihr natürlich nicht. Ansonsten halte ich euch weiterhin auf dem Laufenden. Wir haben jetzt erstmal Luft, wir haben jetzt erstmal Zeit. Es passieren keine so derart relevanten Ereignisse. Wenn wir auf den Kalender schauen, den ich getweetet habe, zwei Ereignisse, die mehr oder weniger relevant sind. Am Donnerstag um 14.45 Uhr bekommen wir die EZB-Pressekonferenz und den Zinsentscheid. Das ist dann dahingehend relevant Euro-Dollar-Stärke. Und am Freitag um 15 Uhr bekommen wir die US-Verbraucherströmung laut University of Michigan. Sentiment Index ist jetzt auch nichts, wo man direkt mit traden kann. Aber da kann ich mir vorstellen, jetzt vor allem nach der Bankenpleite, dass sich da was getan hat. Interessant vielleicht für Konfluenz, wird jetzt aber nicht viel an unserer These ändern. Wir bleiben weiterhin long. Ich habe jetzt ein paar Profite realisiert. Mein nächster Take Profit, 28.000 Dollar, ganz eindeutig. Danach 32.000 Dollar. Ich kann mir vorstellen, dass es in diese Richtung ausbrechen kann. Sollten wir keinen Breakout sehen, werde ich auf jeden Fall meine Position etwas verringern. Und in Altcoins diversifizieren und da Positionen aufbauen. Das ist meine Meinung. So sehe ich das aktuell. All eyes auf das FOMC-Meeting nächste Woche Mittwoch. Ich werde einen Livestream dazu machen. Schaut auf meinem Kanal vorbei. Und ja, das war's. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace. Peace. Thank you.